3, 2, 1 und hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren folge der challenges mit paddy und ja wir haben heute mal eine richtig schwere challenge am start und zwar müssen wir beide zu zweit gegen viel in einem fancy kämpfen und ja wir spielen das ganze jetzt auf einer ungewohnten map aka desert was das ganze doch schwerer macht weil wir eigentlich um und unten halten müssen das geht ja schlecht weil dann keiner waschen kann das ist sicherlich richtig deswegen wir haben das jetzt gerade auch erst so richtig bemerkt würde ich jetzt mal fragen wollen wir eher auf unten oder auf oben gehen das ist jetzt die frage ja keine ahnung ich bin halt auf dem dach ja ich bin so halb auf dem dach eigentlich kommt nicht mehr hoch konnte mir fehlt ein block so dann komm mal her mein schätzchen hier hast du dein blog ich baue da mal war das musst du was deckt keine schwierigkeit für mich so für ihn anscheinend schon vielleicht wie sogar ein first junger das wäre so hart das wäre so harte penetration für die armen jemand warte 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 ich habe ich habe ja ich habe auch pickel alter professioneller ja ich habe pickel und schwert was auch da ist jemand alter ich habe sogar pickel und brustplatte man alter okay du links ich rechts ja okay 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 komm mach mal okay oh mein gott als ob als ob junge ja ja gut also ich glaube mein upload wird da nicht so ganz hart strapaziert ich würde sagen wir hängen noch eine zweite runde dran weil die weiß ich glaube auch wenn da einer aus hart gefickt drin war ja also ich glaube no hate aber ich glaube zusammen spielen solltet ihr etwas öfter wir haben sie einfach mit teamwork zerlegt ja einfach richtig hart fettes am werk aber die runde ist auf jeden fall ziemlich leicht weil sie gehört wahrscheinlich ist ja recht sie haben bogen als ob jetzt noch spitzen was wollen diese tun sie haben kein bett und sind noch zu dritt jetzt hat auch noch so gut trifft was ist denn das wo ein bot ich bin so ein lobby sometimes ich meinst auch boden ein habe ich alter kotty noch ein los mit dir alter kotty altes biest noch ein alle down ja gut dann würde ich mal sagen ähm sind wir uns in der nächsten runde wieder denn die war ein bisschen sehr kurz ne also bis später eins und hallo ich bin herzlich willkommen zur zweiten runde wieder auf desert wieder mit paddy muss wieder ein first launch werden habe ich gehört habe ich auch gehört damit das video auch nicht allzu lang wird hier wieder zurück und hol dir wenigstens picke oder sowas ich habe picke ich habe schwert ich habe alles mann digga digga was one second of desert alter das verstehe ich auch nicht mehr fahren die blöcke ich habe nicht genug ich bin der farmer jetzt ist es ist das sind die gefahrten blöcke alter ich bin als ob du die noch mal in meine richtung geboxt hast junge alter ist es ist dein ernst ich habe solche berg ist alter Kommt ruft da jetzt einer ist dem boden entgegen gesegnet komm attacke ich bin nicht dein ernst paddy ich schrei so attacke und spring runter mit dem boden mit voller er da kommt er da kommt er da kommt er da kommt jungen ich hatte vier cobwebs kosam nachs nach tara kommt ich dachte ich wäre safe mit vier cobwebs mate 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 ja bettens zu mann der kann eh nichts tun jaaa rette dich halt noch behinderter alter naja ich bin nun der alte ne ich wäre jetzt gerade nicht ne ich lauf nicht vier BORGEN DOWN easy ich geh hoch ich geh hoch ich geh hoch komm du nach du hast keinen Bogen oben ist jemand mann der macht gleich MLG ne der kommt zurück der kommt zurück der ist wenigstens ein Brain dum 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 einer kommt ich bin wieder runter gelaufen nein mann Junge wieso geh ich auf den der abbaut alter einer baut ab ne ja aber der Bogen ist auch down ja und oben der Folliku ist mega low ja der Folliku ist down ist einfach nur pure witzigkeit pure Emotionen er hat trotzdem geschafft Gotti 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 oh mein Gott ich hab ihn er hat trotzdem geschafft oh mein Gott Gotti hahaha mein Bogen hdf du machst deinen Bogen du mal nicht hahaha 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 halt doch bitte einmal der Maulmann wir hätten schon längst EP machen können hahaha ich hab vier Bögen gemacht hahaha nein du bleibst jetzt bitte in der Base Paddy bitte nein dann sammeln wechselst das Gold ein bitte ja ja hab ich alles gut ich bleib die Base bitte hol schon das Gold hol schon das Gold ich mach alles safe hin bitte safe alles safe denk dran bitte halt doch bitte du willst gleich EP machen dann lege ich dir eine E-chest rein mach so weißt du du gehst mit E-chest ich hab keine E-chest ja ne kauf doch eine man du armes Penner ich komm jetzt nach Hause kauf mir ne fucking E-chest ja und dann und dann kannst du dieses ah ne das kannst du bestimmt eh nicht was soll das denn jetzt heißen kennst du bestimmt eh nicht du bist immer out gewesen kennst du bestimmt nicht out of game alter kennst du bestimmt nicht nö Gotti du bist einfach scheiß gewesen von Anfang an kennst du bestimmt eh nicht nächster daun ähm richtiger destroyer dieser Paddy ne ist echt so junger Geslect ok ich geh ich geh jetzt um den MLG-HD flppvp ja unsere endergess ist da bitte ие pierwsze ich weiß dass man Ja, dann gib mir das in die fucking Ende, Chess. Ach, du hast eine dabei? Achso, ja, Bruder. Nee, ich hab keine. Ich geh erstmal ganz nach oben. Ich hab keine dabei. Ich hab ihn mit Stärke in den Luft getroffen, er ist tot. Stärke down, Stärke down, Jungs, Stärke down, einfach down, Jungs. Ich klau mir ein Gold aus der E-Chess. Stärke down, Jungs, Stärke down, Jungs, Stärke down, Jungs, zwei Jungs steckst dir in den Arsch, Alter. Ich steh mir ernst, oder hast du die verworfen, um uns zu trinken, oder was? Nee, nee. Ach, Junge, kill die doch nicht noch. Junge, ja, warte einfach, bis alle hoch sind. Okay, ich mein's gar nicht, ich springe. Ich hab schon Stärke getroffen. Ja, die hält drei Minuten, man, du Backblaume. Ey, warte mal, ein Gold, ich kann dir gleich Eisenschwert geben. Dann geh ich nochmal hoch. Wann spot das nächste Gold? Boah, ist vielleicht noch Schafe. Halt, bitte. Hier, Healpots, Healpots, zwei Stücke. Hier, warte, warte. Ja, okay, Healpots nehme ich noch gerne, hier ist noch zwei Gold, danke. Ah, ich möchte das Eisenschwert für mich behalten, aber... Eisenschwert, danke. Ja, weil du es bist, kriegst du es auch, Alter. So, ich werfe jetzt einfach, ne? Ja, die sind zu 10 Base, pass auf. Also, ich seh hier nur einen, die sind, glaubst du, Dritt Base. Ne, zum 2. Okay, 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 wir können quitten, wir können quitten gehen. Du warst verworfen? Ja. Ich kann auf der Saat EPs nicht werfen. Das hab ich dir schon mal gesagt. Du bist so schlechter als ich. Ich kann auf der Saat EPs werfen, Mann. Tschüss, ihr Randoms. Die Runde geht schon wieder 17 Minuten. Ich cutte das raus, wo ich die EP verwerfe. Wie bitte? Was? Ne, nix. Ja, ich hab noch 8 Gold, noch 3 Gold, gib mir dann Eisenschwert. Ich werfe EP, du kommst zu Fuß, Mann. Du machst Strafpunkt. Pack mal Blöcke und... Ja, Blöcke. Danke, einer kommt wahrscheinlich zu dir. Hab ihn gesucht. Ähm, ich hab dir das Gold reingelegt, ne? Alter, Junge, ich hab die nicht zerstört. Einer kommt zu dir? Ja. Das ist... Äh, pack mal nochmal, pack mal nochmal irgendwie eine Rod in die Chest. What, Alter? In welchem Land lebst du eigentlich? Halt doch dein Maul. Pack's einfach da rein. Bitte. Äh, gönn dir Blüter. Junge, was macht ihr unten da, Alter? Denkt ihr ja, wenn Barack Obama was machen? Er tut so einfach Präsident, Alter. Okay. So, jetzt kannst du... gerne gleich in die Mitte kommen, wenn du den da oben down hast. Okay, ich hab's der Koppelbriss. Passt schon. Ja. Ich denke auch. Oh, Hitbox OP. Ich hab 10 von 10 Schüssen getroffen, ne? Leg mal Eisenschritt. In die E-chest? Ja, natürlich. Danke, Brüder. Ja, danke. Ich hab die so... Auseinander gar nicht... Ich hab 30 Minuten lang die Base gedefft, Mann. So, komm. Komm jetzt. Okay. Oh. Ich hab das Gras bei Hitbox, Mann. Bin ich krass, oder bin ich krass? Mach einfach, bitte. Okay, wenn ich die verwerfe, Junge, dann geh ich quitten. Ich quitte... Wenigstens hab ich die unter die Base... unter die Base, äh, drunter geworfen. Und nicht so hässlich irgendwie noch eine Kante gestriffen. Ich quitte für eine Stunde, wenn ich die EP verwerfen. Ja, eine Stunde, okay. Dann wird das wohl nichts mehr. Gott, ich bin da, ne? Du musst irgendwie zu Fuß kommen. Ja, mach doch bitte einfach. Ich bin oben. Kommt die? Ja. Oh mein Gott, Junge Flawless. Oh mein Gott, Mann. Hab noch einen gekillt für dich? Mein Gott, meine... Meine EPs sind momentan aber auch random. Wird nicht krass, Alter. Meine EPs sind richtig random momentan. Ich kann die gar nicht mehr werfen. 20 Minuten runter, GG, Jungs. Der ist überall hier über die Achtung, Brüder, Brüder. Pass auf. Mach Kopf mit. GG. GG. Kauft. Okay, Leute. Das war's dann mit der Challenge. War ein bisschen sehr... Achso. Ich würde sagen, die Runde war einfach so spaßig, Mann. Und so legendär, Mann. Ist halt echt so. Deswegen, lass ich's auch uncut. Hab ich gehört. Nein. Nein. Okay. Ja. Dann. Ich hab mein Paddy vorbei. Kannst du noch was zu sagen? Bye mit B, oder? Ja. Ja, bye mit B. Chill mit D.